Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Crysis 3. Wir waren dabei hier diese ganzen... Unterbrech mich. Diese ganzen Gegner hier auszulöschen. Und das machen wir jetzt einfach mal gerade. So ganz ne... Wow. Ach der ist tot. Ich dachte gerade schon. Moment mal. Das gefällt mir gerade so nicht. So. Das gefällt mir schon besser. Dann sehe ich wenigstens auch was ich treffen muss. Aber irgendwie hilft das auch nicht wirklich. Oh ne, die Waffe konnte ich ja nicht so gerne ab und die auch nicht. Zack. Hm, gibt's ja echt nur Schrott. Okay. Oh, hier. Nehmen wir das mal. Was auch immer es ist, es sieht cool aus. Naja. Die Gegner sind jetzt relativ egal. Bamm. Ui. Das haut doch gut rein. Aber wir haben auch nicht allzu viel Munition mit dem. Also... Lass ich das mal. Na. Konnt. Kann ich hier einfach hoch oder wie? Nö. Wo muss ich denn lang? Bestimmt einfach hier... Bamm. Wenig Munition. Hatte ich damit nicht gerade irgendwie 56 oder so? Naja. Wir werfen das auch mal weg. Datei. 25 Minuten. Das hacken wir kurz. Vielleicht ist ja irgendwas Gutes drin. Wir haben unser Wesen grundlegend veröffentlicht. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. So, das nehmen wir alles mit. Und... Oh, was war das? Ne, Thermal brauchen wir nicht. Ich glaube, das reicht. Also von der Zoomstärke her. Wollen sie ja nicht übertreiben. Okay. Ein Mindcarrier. Ich kann ihre Energie gegen sie einsetzen. Ähm... Wer hat da auf mich geschossen? Okay. Sabotieren wir doch erstmal das Kühlsystem. Wow. Ah, das ist so... Ah, okay. Okay. Ich dachte, das... Ähm... Hallo? Ich dachte, das wäre so ein normaler... Oha... Mann. So, was haben wir denn Schönes? Wow. Ich glaube, das Teil ist kaputt, aber... Das war ein bisschen knapp. Ne, L-Tag will ich gar nicht. Munition wäre vielleicht nicht so verkehrt. Gehen wir einfach mal da rüber. So kann man den Sniper natürlich auch benutzen. Das mache ich jetzt einfach mal... Na, komm, den lassen wir. Nicht, dass es noch Ärger gibt. So, das hacken wir, sonst fliegen wir wieder in Luft. So wie in manch anderer Folge, wo wir dann einfach mal ganz geschockt mit dem Wiederbeleben-Bildschirm zu tun hatten. Und ich höre überall Schüsse. Aber das interessiert mich gar nicht. Benutzen. So, kaputt. Okay, machen wir mal den... Oh, wie hieß denn das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Hallo? Ja. Okay. Aber ist denn... Ja, gut. Wo genau ist denn das... War das hier das Premierziel? Oder was war das Premierziel? Na ja, ich habe keine Ahnung. Mit dem Teil kann man leider nicht fahren. Schießen wir einfach mal auf alles so ein bisschen. Da habe ich noch was gesehen. Ey. Wo? Kaputt. Ich glaube schon. Und raus. So, laufen wir mal weiter. Nachladen natürlich nicht vergessen. Am liebsten wäre es mir aber... Ähm... Ja. Wenn ich irgendwie ein Sturmgewehr oder so hätte. Okay, das hacken wir auch wieder. Wenn wir Glück haben, gehen sogar noch diese anderen Seth kaputt. Ich glaube, die standen da noch. Bin mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, aber... Oder wir müssen die einfach hier hinlocken. Jo. Das lief doch gut. Alle kaputt? Oder wie viele? Ne. Ich glaube, einer lebt noch. Aber... Den sollten wir... Schaffen. Jo. Ah. Fast wieder. Irgendwie... Lauf ich da ständig rein. Also... Bin kurz davor, da ständig reinzulaufen. Na ja. Weiter geht's. Ah, hier können wir noch unsere Energie übertacken, oder wie das heißt. Nicht nur ein Anzug. Ein selben Wechselsklecht. Sie haben etwas, Profit. Etwas, das die Seth nie haben oder verschnehen werden. Wow. Du willst mir was sagen, hä? Du denkst, die Aufladung des Manus-Tuts kann sie nicht anhaben? Dann pass mal auf! Uiuiui. Jetzt hätte ich... ... schon gerne vernünftige Waffe. Ja. Gut, dass wir das hier noch haben. Bam. Und nochmal. Und nochmal. Das war doch ganz gut. Da haben wir noch die Explosivpfeile hier. Bam. Bam. So, das ist ja mal eine ziemlich... ...heftige Folge. Einfach mal so pure Action. Weiß gar nicht, ob hier überhaupt alles Gegner sind, was ich anschieße. Naja. Solange es kaputt geht, ist ja nicht schlimm. Was sind das, Gegner? Okay, jetzt sind wir, glaube ich, wieder normal. Jo. Okay. Hier muss noch ein Mind-Carrier sein. Boah. Irgendwo... ...habe ich doch noch einen gesehen. Boah. Ich hör nur irgendwas. Naja. Schnell hier rein. Weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Sie haben keinen Namen. Ist der ein Seth? Ist der überhaupt ein Mensch? ...präkombinanzte DNA. Oh Mann. Oh Mann. Ach was ... Ich bin zur Zeit. Schnell. Denkst du, ich zerbreche an dem, was ich aufgeben musste? Ist es das? Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist. Ich glaube, jetzt wäre das andere Visee wieder ganz angebracht. Wow. Wie kommen wir denn da hinten hin? Ach, da runter einfach. Gut, kein einziges Mal getroffen. Aha. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ah, 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 ah. Ich habe zu wenig Munition. Ah, schön. Habe ich wenigstens für die Pistole wieder was? Naja, ob das so schön ist, weiß ich nicht, aber wenn wir ehrlich sind, besser als gar nichts. Mann-O-Meter. Ja. Ich kann jetzt gerade nicht allzu viel sagen, weil mit der Pistole ist es doch nicht so ganz einfach. Und ich weiß nicht, ob da normale Pfeiler einfach so gut gegen sind. Geben wir den mal ein bisschen nackt. Wow. Ich dachte schon, der wäre mit einem Schlag gestorben. Ne, mit zweien. Macht ja auch relativ gut Schaden, wenn man es mal so sagen kann. Irgendwo... Da hinten ist noch ein Nebenziel. Naja. Ist ja jetzt kein Rollenspiel oder so. Da kann man auch gerne mal auf ein Nebenziel verzichten. Wenn man keine Munition hat, eben in den Nahkampf übergehen. Mal gucken, wo wir jetzt drin kommen. Strollen Munition wird langsam auch knapp. Aber sonst ist alles okay. Naja, das mit dem Kühlersystem haben wir ja gerade gesehen. Um einia... Hier wurden meineitiiert mal... Also, immer an die Konten. Also, die berifelaße in seulement eine Persönsung. herb wird also бар geklatt. щоб werden es ö sistem appeals. gut. Aber sonst im verbessert... Also, da fällt mir weiter. Bestätige Dir. Số love Non 결mak. Aus Romans ist schädlich. Okay, den Alpha-Seth vernichten. Du Hurensohn, du und ich, genau wie geplant, hm? Komm schauen. Ich glaube, dass wir den lieber erst in der nächsten Folge angehen sollten, weil ich gar nicht mehr in Erinnerung habe, wie genau der zu besiegen ist und wie lange das dauert. Und alles mögliche. Deswegen machen wir das lieber mal in der nächsten Folge. Diese Folge war jetzt einfach mal so reines Action-Gabash auf dem Weg zum Alpha-Seth. War mal was anderes, weil ich ja eigentlich nicht so übertrieben in die offene Siebe gehe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie schon gesagt, wie wir den Alpha-Seth besiegen werden, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Sofern wir das dann schaffen werden. Tschüss.